Bayerns Europaministerin Beate Merck kommt gerade zurück von einer eiligen Reise nach Pristina, wo sie herausfinden wollte, was getan werden kann oder getan werden muss, um diese plötzliche Flüchtlingswelle zu stoppen. Guten Abend, Frau Ministerin. Was haben Sie herausgefunden? Ja, die Regierung hat mich gebeten zu helfen. Ihr Appell ist, dass wir sehr deutlich sagen, die Menschen, die aus dem Kosovo nach Bayern kommen, nach Deutschland kommen, werden hier kein Asyl bekommen können. Es ist ein sicherer Staat und deswegen ist kein Asyl für diese Menschen vorgesehen. Wir müssen dafür sorgen, dass nach einer Entscheidung sie sofort in ihr Heimatland zurückgebracht werden. Und für die Menschen bedeutet das, dass sie sehr viel Geld aufwenden für nichts und wieder nichts. Und dass sie deswegen auch, wenn sie in den Kosovo zurückgeführt werden, vor den Scherben ihres Lebens stehen sozusagen. Das ist aber schon auch eine eigenartige Situation. Da bittet sie eine Regierung in Pristina um Hilfe, sozusagen die Leute festzuhalten. Das ist die Regierung eines Landes, das ein Geschöpf des Westens ist, das ohne die USA und Europa gar nicht existieren würde. Und da hat offensichtlich eine Regierung geherrscht, die zehn Jahre lang nicht in der Lage war, Lebensbedingungen herzustellen, wo die Menschen bleiben wollen. Und jetzt soll Deutschland sozusagen helfen, die Menschen im Land zu halten? Diese Regierung ist sozusagen noch ganz jung im Amt. Und mir hat der Premierminister gesagt, natürlich haben wir eine Informationskampagne gestartet. Aber es ist wichtig, dass auch aus dem Land, das das Ziel unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger ist, ganz klare Appelle und ganz klare Fakten nochmal transportiert werden. Denn hier werden, über welchen Weg auch immer, teilweise über soziale Netzwerke, die Menschen schlichtweg fehlinformiert. Aber Sie haben ja auch Gründe, wegzugehen. Sie gehen ja nicht nur nach Deutschland, sondern Sie gehen auch weg von dort. Haben Sie nicht auch Verständnis für jemanden, der jetzt Ende 20, Anfang 30 ist, eine Familie aufbauen will und merkt, er ist arbeitslos und wird es immer bleiben? Er hat keinerlei Perspektive. Die Flucht nach Deutschland ist dann für viele die einzige Chance, die Sie in diesem maroden Land sehen. Dieses Land ist dabei aufzuarbeiten. Die Regierung ist dabei, die Wirtschaft zu erstärken. Da braucht man natürlich auch die Menschen im Land. Wenn das Land ausblutet, dann kann man politisch nichts mehr bewirken. Deswegen ist es wichtig, dass die Menschen auch Solidarität zu ihrem Land zeigen und jetzt mitkämpfen. Ist Bayern denn darauf eingestellt, so wie jetzt Tausende kommen innerhalb eines Monats, genauso schnell Tausende wieder zwangsweise zurückzuschaffen? Wir haben sehr große Schwierigkeiten gehabt, die Menschen überhaupt unterzubringen. Wir mussten unseren Winternotfallplan in Kraft setzen und wir müssen jetzt nach und nach, und es geht ja auch nicht von heute auf morgen, dass die Asylentscheidungen kommen, die Menschen wieder zurückbringen. Nun gibt es ja den Drang, dass man nun Kosovo auch als sicheres Herkunftsland definiert und damit die Abschiebeverfahren beschleunigt. Nun liegt aber die Erfahrung vor, das hat man mit Serbien gemacht und die Asylbewerberzahlen von Serbien sind weiter angestiegen. Ist das nicht ein politisches Feigenblatt, was da heute angestrebt wurde? Ich glaube das nicht, sondern ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Signal ist und dass das auch nochmal ein Signal ist, dass wir den Menschen im Kosovo zurufen, Euer Land ist sicher und Asylrecht ist etwas anderes. Asylrecht ist wirklich für die Länder, wo man sagen muss, in diesem Land kann man nicht bleiben, ohne Angst zu haben, dass Familie verloren geht, dass das Leben in Gefahr ist und vieles andere mehr. Für diese Fälle ist das Asylrecht da und das muss man, meine ich, sehr stark differenzieren. Deswegen ist es ein, meines Erachtens, sehr wichtiges Signal. Die Menschen dort werden das vielleicht als erbarmungslos empfinden, denn sie wissen, wie miserabel die wirtschaftliche Lage in dem Land ist und dass so wenig Hoffnung ist. Nun sagt Deutschland, bei uns gibt es auch keine. Ich sehe doch Firmen, die hier expandieren. Ich sehe die Möglichkeit, endlich auch wieder junge Menschen auszubilden in den Firmen. Langsam, ganz langsam wächst hier ein Pflänzchen heran und deswegen, meine ich, muss man das auch unterstützen. Es ist viel wichtiger, sich dort aktiv zu betätigen und zu helfen, dass junge Menschen in Arbeit kommen, dass junge Menschen Bildung bekommen, dass die Infrastruktur stärker ausgebaut wird, dass die Energie sicherer gegeben werden kann. Wird Bayern dabei helfen? Wird Europa dabei helfen, mehr als bisher? Europa hilft dabei, Bayern hilft dabei auch. Wir haben Projekte und ich bin überzeugt, dass wir hier noch mehr tun können, ja. Dankeschön.